Der See hier ist doch noch nie richtig erforscht worden. Niemand weiß wirklich, was darin existiert. In letzter Zeit habe ich einiges über Kryptiden gelesen. Monster, die schon von Menschen gesehen und beobachtet worden sind, deren Existenz man aber nicht beweisen kann. Ach, was willst du denn? Kommst einfach wieder her, um in alten Wunden rumzuwühlen. Ich will doch nur rausfinden, was wirklich los war, Mama. Was? Sie hat sich umgebracht. Das war los. Hat sie das wirklich? Untertitelung des ZDF für funk, 2017